Herzlich Willkommen zum nächsten Part hier bei Final Fantasy 9 vorgeht Summer Lucas Grotte Zusammen mit unserem Schoko warten wir hier aufs Reingehen und ich würd mal sagen, ich hör auf mit dem Schmarrn und geh einfach rein Sehr schön! Ach, ich liebe das Lied! Gesammer Lucas Grotte Was ist dir vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich bin es Freya Ich glaub, da kommt die Hilfe zu spät Sieht schlimm aus Wer sind diese Wer um alles in der Welt sind diese Schwarzmagier? Leute wie ich Mit dir hat das nichts zu tun, Vivi Vivi Es waren deine Leute? Unmöglich Aber am meisten sorge ich mich um das Wohl des Königs Wir müssen uns sputen Lili Was hast du nur an einem gefährlichen Ort an so einem gefährlichen Ort verloren? Los, folgen wir ihr Und wir gehen gleich mal da rüber Hey, bist du in Ordnung? Du, du bist keiner von diesen Schwarzmagiern, richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite Meine, meine Zeit ist gekommen Nehmt diese Glocke Und eile zum Königreich Die Schwarzmagier raubt uns auch unsere kostbaren Glocken Nehmt euch in Acht vor ihnen Beeilt euch zum Palast Und schützt seine Majestät Hey, hey Alles klar Überlass das uns Und Ruhe in Frieden, mein Freund Aber er blinzelt noch Ah Wie unheimlich Er blinzelt noch Ah Ist ja furchtbar Entschuldigung Das nimmt den ganzen Skrall den Ernst Wirklich So, mit diesen Glocken Können wir diese Türen öffnen Indem wir die Glocken läuten Beide Glocken läuten im Einklang Die eigene Glocke zerfällt zu Staub Und damit bleibt aber die Tür offen Keine Sorge, die fällt nicht wieder zu Töten 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 Wow Ah Ihhihihi Wer ist das, frage ich Noch nie gesehen, sag ich Doch Er ist uns schon einmal irgendwo begegnet, sag ich Wirklich, frage ich Ich kenne ihn nicht, sag ich Auf jeden Fall Sollten wir ihn auslashen, sag ich Das sollten wir, sag ich Haia Na, großartig Da kann Vivi gleich wieder was futtern Äh, Vivi, sag ich Quina Und somit Angräu Ich würde gleich mal sagen Wir probieren, ob wir den schon fressen dürfen Ähm, Feuer Und er hat ganz schön Damage verloren, ne Nicht genießbar, alles klar Können wir einfach so fressen, sehr gut Und ich würde sagen Ach, gut, dann einfach mal stifzen Bam, bam, bam Bei der Gelegenheit Wer mal gleich noch eine Fähigkeit vorführt Zum Beispiel die Kürbisfalle Die wir schon durch Durch, durch Das ist echt komisch, ne Durchs Essen erlernt haben Kulinarische Weiterbildung, ne Mal ganz anders Oh, bam, bam Wow 180 Damage Schön Bam, bam, bam Und das war's Sehr schön Oh, ich bruchte Äther Und einen Haufen Gilhammer bekommen Super Hilfe Er ist ein ganz brutaler Sag ich Nichts wie weg Zack ich Zack ich Zack ich Töten Töten Nicht sehr freundlich Bam, 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 bam So Und wieder mal Feuerchen, würde ich sagen Hier ist die Witzel Ah, ich glaube Können wir da Na, da hat sie nichts drauf Okay Ich glaube Da wird sich ein Sprung So garantieren Au Jetzt muss ich bald wieder Heiden anfangen Oh Ja Sehr bald Am besten jetzt schon Ich werd's mal mit Blitz probieren Push Ja Für uns ein Quina Sehr gut Jetzt bin ich an der Reihe Ha Ja Äh Warte Vielleicht können wir da nochmal Einmal die Blaue Gehen muss ich Englisch Speise Zum Beispiel Es kann wieder Eigentlich Flächen Wie sehr Verbündete Heilmittel Wird benutzt Aha Und Krötenfalle Je nach Anzahl Gefangener Frösche Ändert sich Die Schadensgröße Auch nicht schlecht Wir haben jetzt Wir haben jetzt glaube ich Acht gefangen Oha Das wär jetzt schön Schein machen wir jetzt Acht Damage Riesenfrosch Okay Achtzig Okay Pro gefangenen Frosch Zehn Schaden Alles klar Mal hin Achtzig sind ja zu schlecht Da Da Ja Wenn schön Und Wup 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 Für unsere Freya Denn sie hat Level Up Super Jetzt wär echt schon Gezahme Lücke Gerade Äh Glocke So Äh Warte mal Stopp Wir brauchen Vielleicht schon Was Neues Zu anziehen Aber ich glaub Da haben wir noch Nichts Nein Alter Schwede Na Wir brauchen Neue Wäsche Bitte Neue Wäsche Für uns Haben wir hier Irgendwas Interessantes Nein Ah Warte 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 Äh Zuerst Zuerst Warte Zuerst Warte Warte Zuerst Die hier Bitte Leute Dann die Untere Und dann die Obere Beide Glocken Leuten im Einplan Die eigene Glocke Zerfällt Zu Staun Da Da Dann die Haben wir hier Irgendwas Ja Warte Bronze Hanisch Subi Hallo Oh Neue Die ist ja glücklich. Gibt's auch mal Luke gerade? Scheiße, der wird noch leben. Die Lili ist nicht da, um ihn zu heilen. So ein Dreck. Können wir nicht wenigstens ein Potion geben oder so? Oh, leckerbissen. Das ist echt irgendwie ungewohnt, aber leckerbissen. Ja, ähm. Aha, okay, die überstehen das nicht so gut. Ähm, okay. Verfehlt. Mal schauen, wer es von denen übersteht. Uh, der hat, der schaut gut aus. Äh, warte. Ich werde mal kurz abwehren. Alter. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Gesure? Oh, irgendwie geht's mir glaube ich nicht gut. Also, Quina. Äh, wie ist das? Hat der denn jetzt für ein Leiden? Ähm, ich gebe ihm mal ein Heilmittel. Ich hoffe, was ist das eigentlich? Hilfe, Einzelquina. Wieser Zustand. Ich sollte mir die Dings auswendig merken. Hoffentlich geht's jetzt wieder gut. Na, verfehlt. Scheiße. Das hilft nix. Das ist blöd, weil ich wollte ja eigentlich fressen. Die beste Offensive haben wir gerade freigeschalten. Super. Mist, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das wird nämlich nur angreifen. Ich helfe es jetzt, wenn ich abwehre die ganze Zeit. Oh, scheiße. Es sind schon zwei. Ja gut, dann sind die Fliegen des Todes. Das tut. Da hilft da nix. Ja. Ich hoffe beim nächsten Mal. Yeah, whoop, 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 whoop. Quina hat Level Up. Und wir haben über 1000 Guild kriegen wir. Ein Potion und keine Kampfbootingkarte. Ich glaube, ich spiele das. Das ist dominarisch, ey. Da wären wir noch steinreich. Da freue ich mich schon auf das Schokobo-Spiel. Das kostet ja ein Bildvermögen. Also ein kleines, bis wir da so ziemlich alle Karten haben. Die gefundene Glocke läuft. Freilich findet man auch gewisse Karten an anderen Orten. Weil die Glocken läuft nämlich ein Klang. Die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Dann schauen wir mal, was da los ist. Oha, da hält noch was. Ein Momentchen. Und natürlich, ich habe hier auch Gegner. Oh, da wären gleich zwei Gegner super zu befressen. Das sieht jetzt echt furchtbar an. So. Die eine Fliege muss mal weg. Oh, der hat's mal überlebt. Vielleicht kann ich die schon fressen. S-Magie, Feuer. Ich bin jetzt mal bei dem Kerl. Antrieb, bei der Fliege. Ma, die muss schwächer werden. Oh na, bitte nicht zu. Wunschi, bitte auf ihn. Das ärgert mich gerade. Das ist halt echt blöd. Mein Schweigeffekt ist es ja auch nett. Stein und Gips ist es auch nett. Toob sucht auf? Echt? Könnte das... Ich probiere es einfach mal. Kann eh nicht schaden. Tatsächlich, es ist Toob sucht. Naja, passt. Dann gehen wir mal fressen. Hoffen, dass es funktioniert. Na, das war falsch. Ich hätte es, wie wir gehen müssen. Hoppla. Na, das war dann noch die Tramps. Tramps. Naja, vielleicht geht das jetzt fressen leichter. Kritisch gefressen. Ach, komm. Nein, Papa. Kochen. Das ist halt in der Lage. Ich probiere das einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass es hinhaut. Besser hinhaut. Äh, warte. Das ist echt blöd, weil ich beide gern fressen möchte. Um sicher zu gehen. Ungenießbar. Alles klar. Die Pflege noch. Wahrscheinlich auch ein ungenießbarer Fall. Na, nicht zu. Ach, scheiße. Ich hätte mir gezahmerluchtes Kraut nehmen sollen. Äh, gezahmerluchten. Genau. Gezahkraut kaufen sollen. So ein Dreck. Ach ja. Passt. Oh. Du Sau. Das ist echt wübel. Ist ja unglaublich, ne? So. Baum, 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 baum. Du brauchst 20 Jahre für eins so ein teppertes Viech. Lass mich fressen. Bitte. Boah, ey. Das ist echt fies. Na, los. Ungenießbar. Toll. Das war reine Zeitverschwendung. Bravo. Applaus, Applaus. Reine Zeitverschwendung. Ja. Ja. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Für Zitane. Einmal Potion, einmal Kampfboot in Karte. Und bald tausend, bald tausend, bald tausend Goldmützen, äh, also total, also gilt halt. Ein Filzhut haben wir bekommen. Sehr gut. Sehr gut. Das sind wir auch schon hier. Oh weh. Oh weh, mein Geliebter. Oh weh, mein Geliebter. Oh weh, mein Geliebter. Hey, du Mogli. Was ist denn passiert? Mein, mein Geliebter Ehegatte ist in dieser großen Glocke. Und er kommt da nicht mehr raus. Kubo. Der Ärmste. Wir sollten ihm Hilfe leisten. Wir wurden gerade hier frisch getraut, Kubo. Bis wir urplötzlich von zwielichtigen Gestalten überfallen worden sind. Wie konnte das nur passieren? Kubo. Aber diese riesige Glocke bekommen wir nicht so einfach vom Fleck. Allerdings. Oh weh. Oh weh. Schnupper, 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 schnupper. Schnupper, schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper, schnupper. Ähm. Rieche ich vielleicht etwas streng? Du, 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 du. Hast du, hast du, hast du etwa diese, 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 diese köstliche, leckere, super tolle, eine seltene und teure Kubo-Nuss bei dir? Mhm. Ja. Ich habe sie in die Blume bekommen. Oh. Wie, 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 wie. Würdest du sie mir vielleicht geben? Von mir aus? Bitteschön. Oh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kubo. Moguta, Moguta, Moguta. Hier ist deine Lieb, äh, Leibspeise. Eine Kubo-Nuss. Oh. Äh, ja? Äh, was? Kubo, oh mein geliebter Ehegatte. Ich liebe Kubo-Nüsse, Kubo. Boguta, aber wo willst du denn hin? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Boguta. Frisch verheiratet und schon läuft ihr davon. Wegen einer Nuss nämlich. Ach, das ist auch tief. Die Zama-Luke-Glocke. Ach, hey, was ist links oder rechts, wo es weiterging? Oh ja, die wollte ich auch auffressen, wenn es möglich ist. Das hört sich ruchbar. Ja, hi, 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 hi. Du bist immer lang lachen, wenn ich so leidermache. Auf jeden Fall ist die lästig, weil die männliche Begleiter bezierzen kann. So wie eine Kokobine. Kokobine ist falsch. Sukobus wollte ich sagen. Wobei, Kokobine könnte es auch. Ah, das ist schon verführt. Man trifft es natürlich, Gwina. Wenn denn es sonst. Und das ist so dämlich. Da kann es halt leider schon mal passieren, dass er aus Versehen den falschen haut. Ja, die Steine. Ob er irgendwas helfen könnte. Ja, fliegt es eigentlich. Wind vor Liebe. Nein, ich glaube, so etwas habe ich nicht mit. Ein Heilmittelopfer. Ich will sie ja fressen. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Auf jeden Fall fressen. Auf jeden Fall klauen. Äh, ich... Gwina, magst du was? Muss schwächer werden. Okay. Und dann einmal noch Feuer vielleicht. Und dann will ich es aber sein lassen. Und dann will ich es gerne fressen. Nochmal. Ja, Fickshank kriegt es jetzt, ne? Oh, Entschuldigung. Das gehört weg. So, Entschuldigung. Ich werde gut abwarten. Ich muss schwächer werden. Verdammt. Ein Potion. Das ist wichtig. Patsch. Ich würde sagen, dass wir erst selber mal abgreifen. Aber ich bringe es nicht uns. Ähm, ich würde sagen... Ich weiß wie, wie man mal was bekommt. Ja, 55 ist jetzt auch mal wirklich viel. Scheiße, das ist wieder ungenießbar. Nicht sonst sollte ich meine... Sollte ich unsere Zeit da... ...verschmitten. Jetzt kriege ich sie in den Trends auch. Aber... Ich kann mit dir nichts anfangen, weil sie alles umbringen wird. Wahrscheinlich. Ach, herrje. Och, komm. Die Zitane draufhauen, das ist hier mit so krass. Oh! Die Schweine. Das ist jetzt echt nicht wahr. So. Super. Hey, Bibi, nicht? Und es hauen. Oh, das schirbt die Zitane auch noch. Okay, jetzt muss ich heilen. Das war wie ein Weltmeister. Bibi auch noch hin. Ich glaube, ich spinne. Ist ja nicht so klar auf sowas. Lächerlich. Lächerlich. Wie schlecht. Nett. Oh, ist das bitter. Ach, du blöde Kuh. Oh, echt. So ein blödes Weib. Verführen. Wer will es denn jetzt verführen? Die Queen. Nett. Ah, verfehlt. Gott sei Dank. Na, ist sie unkann links. Na. Das ist doch verkehrt. Zuvor einigen. Ach ja. Ihr stimmt wieder oder was? Äh, Kotz. Kotz und würg. Das darf ja nicht wahr sein. Alter. Jetzt muss ich es umbringen, das ist mir das Wurscht. Ich muss jetzt schauen, dass ich es umbringe. Na, würdest du uns bitte mal was machen? Die muss ich umbringen, das geht nicht anders. Jetzt, ah komm. Sie macht nicht jetzt so viel Damage. Echt eine blöde Kuh. Ich glaube, jetzt kann man ein Witz probieren. Ja, natürlich. Ja, alle Weiben. Super! Kompletter Vibe. Yeah! Prima! So ist schön. Ich glaube, ich spinne. Hahaha. Ach, wie schön. Ach Gott. Ja, ich hasse diese Dreckswarn. Ich werde die nicht essen. Ich werde die umbringen. Das ist nur ein normaler Gegner, wenn du denkst, ne? Alter Schwede. Na gut, wenigstens sind wir hier. Haben auch der Sterben auch mal mitbekommen. Na, fein, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! 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 Vielen Dank.